Die Neurologie beschäftigt sich mit den Erkrankungen des zentralen und periferen Nervensystems. Häufige Erkrankungen sind der Schlaganfall, die Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz. Neurologie beschäftigt sich aber auch mit den Erkrankungen des periferen Nervensystems, das heißt mit den periferen Nerven, also zum Beispiel einer Polyneuropathie oder auch Muskelerkrankungen wie Muskelentzündungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017